So, die lauft schon mal. Stadelnhagen. Hör mich drauf anlassen. Also, warte. Warte, 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 warte. Die lauft schon. Ja, das tun wir langsam. Wenn nicht nachher das Ding vergisst und... Warte. Hast du? Jo. Warte, warte. Also, die Reaktion ist ein bisschen heftiger, wie das Ding gezeigt. Ich hab' noch mal nach, wie das aussieht. Der hat noch Power-Kit. Dann lassen wir uns mal ausbrennen auf dem Blech, he? Junge, Junge, der hat eine Druckkette! Respekt, he! Aber das ist immer eine Zahl, die abgewichelt ist, weißt du? Die eine, zwei Zellen... Hab ich gesehen, wie es abgeht, Schatz! So was haben wir im Haus... Ja, Respekt, he! Guck mal, der hat's gleich die ganze Dinge aus... Nee, die ist...